Herr Hauptmann, lassen Sie wenigstens das Kind. Er ist immer hier auf dem Viehmarkt. Und wenn Sie nur einmal daneben schießen, können Sie sich gleich dazu stellen. Zurück ins Glied, Obergefreiter. Es gibt keine hechten Helden, es gab nur Marjoletten, falsche Hunde, falsche Menschen, niemand hat uns die Gehörst. Wenn die Macht im Schneidig muss die Führtenkot bereit sein. Halt so wenigstens das Kind. Töte und ein Spiel. Bist du einen Böbel zum Eigen? Töte und ein Spiel. Ich kann keine Tatsprobleme. Töte und ein Spiel. Mit einer Gewehrkugel. In der Herkunft. Ich bin der Mann, der Dage gefahren Ich habe mich genannt, der Verhörter Hattest du richtig verstanden? Döne oder stirbst du einen Fehl für mein Geheuer? Döne oder stirbst du kein Gelder-Problem? Döne oder stirbst du einer Gebirgugel in deinen Kopf Legs an! Wieso tut er nichts, Fritz? Feuer! Fritz? Grazie! Auf der Wichting, was das denn? Töte, holl ich dir! So ist die Wahrheit, ein Wettbewerb zu sagen! Töte, holl ich dir! Ich regalte, das Problem! Töte, holl ich dir! Ich weiß nicht, über Google! In der Röcke! In der Röcke! In der Röcke! In der Röcke! Vielen Dank.